Oh, ich sage sogar Königin Vic. Das habe ich nicht erwartet. Ich bin die Queen. Ich frage mich, ob sie mit Mr. Knuddles auch den dunklen Lord verführen kann. Die glänzenden Augen, diese winzigen Füße, diese Schergen waren zu süß, als das Königin Vic Ihnen hätte widerstehen können. Leider schaden sie bei dem Kontakt schwer. Darunter war es nicht die beste Idee, sie zu umarmen. Allergisch gegen Niedlichkeit. Königin Vic verbrachte Wochen im Bett, um sich von der brutalen Allergiereaktion zu erholen. Weil diese Schergen waren so süß, es war es absolut wert.